Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Herzlich willkommen zum VfR-TV aus ist. 5 zu 0 Heimsieg gegen Wolfratshausen. Bei mir ist Oliver Oliczschauk. Hallo Olicz, grüße dich. Servus. Olicz, zwei Tore gemacht, dann hat der Oberschenkel gezwickt. Wie war das Spiel aber ansonsten für dich? Ja, gut war es. Ich meine, wir haben uns vorgenommen, hier gegen Wolfratshausen wieder was zu holen. Wer weiß, vielleicht im letzten Spiel der Saison noch mal einen Dreier einzufahren, damit wir auch als Tabellenführer in die Pause gehen. Und das hat gut geklappt und bei mir hat es auch wieder besser geklappt als die letzte Woche. Ich konnte wieder mal ein Tor machen, Gott sei Dank. Ja, sogar zwei. Wie waren die Tore für dich? Kannst du dir kurz beschreiben? Ja, das erste war natürlich ein langer Ball. Bin ich durch, musste nur noch ins Eck schieben. Das zweite war ein gutes Zuspiel vom Suki und dann, ja, wenn es mal läuft, dann läuft es. Läuft es läuft. Du bist viel gelaufen, aber auf einmal hast du dir einen Oberschenkel gepackt. Was war los? Ja, leider hat es da ein bisschen gezückt. Ich weiß nicht, entweder eine Zerrung oder eine Muskelphase. Das müssen wir mal schauen. Aber wenn das Spiel nächste Woche ausfällt, ist es ja der ideale Zeitpunkt, um sich zu verletzen. Ja gut, aber hoffen wir mal, dass es nichts Ernstes ist. An sich, was sagst du sonst so zur Hinserie? Wie habt ihr gespielt? Am Anfang habt ihr, sage ich mal, ein bisschen gehadert. Dann kamt ihr immer mehr rein und jetzt sind wir auch verdient momentan an der Tabellenspitze. Wie hast du es selber gesehen für dich? Ja, ich meine, für mich läuft es natürlich momentan sehr gut. Seitdem ich jetzt da bin, haben wir eine super Serie gestartet und haben seitdem nur zwei Spiele unentschieden gespielt und sonst alles gewonnen. Von dem her kann ich auf jeden Fall zufrieden sein und bin auch mit der ganzen Mannschaft zufrieden. Ich glaube, was wir die letzten Spiele gemacht haben, ist top, super Zusammenhalt und wir stehen nicht unverdient da oben. Also kann man sagen, das Fazit ist eigentlich, wärst du früh aus dem Urlaub zurückgekommen, hätten wir noch mehr Punkte auf dem Konto? Nee, nee. Das ist natürlich immer eine Teamleistung. Und ja, glücklicherweise läuft es, seitdem ich da bin. Gut, mit dem Worten wollen wir uns auch verabschieden. Die Teamleistung hat herausragend gute Hinserie gespielt. Dafür sagen wir Dankeschön. Wir wünschen euch allen natürlich eine schöne, besinnliche Zeit. Ihr werdet von uns noch hören vor Weihnachten. Aber viel Spaß bis dahin. Auf Wiedersehen. Ciao.